Ja hallo und herzlich willkommen zurück zu Radio Not. Heute schauen wir uns die Map Park Homes an, die ja überarbeitet wurde. Mit der KI zusammen, die mittlerweile manchmal echt gut ist, aber manchmal auch echt beschissen. Auf jeden Fall sieht es hier schon mal echt viel anders aus. Also viel mehr Müll, viel, ähm, belebter die Strasse, so gesehen. Yo! Der kam einfach schon entgegen. Ey, er hat niemand C2. Und blau covered. Er fängt schon mal gut an. Go, 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 go. Yunger. Okay, gut, dass ich keine Taschenlaube dabei hab. Die Polizei, die sind auf. Wer hat es? Drop your weapon. Fuckin' bullshit. Chem Light, aus. Drop your weapons. Chem Light, aus. Drop your weapon. Hands up, above your head. Move to my front. Okay, going and going. Employee, Chem Light. Ich sehe absolut gar nichts. Gut, zurück zur Lobby. Das ist jetzt scheisse. Müssen wir auch die Taschenlaube mitnehmen. Müssen wir auch die Taschenlaube mitnehmen. Müssen wir auch die Taschenlaube mitnehmen. Dann hält uns die Taschenlaube. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Okay. Das ist schon mal gut. Und die Map ist echt dunkel. Ich weiß nicht, ob das irgendwie... Ja, hallo und somit herzlich. Ja und somit herzlich willkommen zurück zu Ready or Not! Denkt schon gut an! Holy shit! Wie gesagt, die Suspekte sind anders. Seitdem Update sind die einfach crazy as fuck. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen zurück zu Ready or Not! Wir spielen das neue Update. Hier auf der Park Homes Map. Die ganze Map wurde ja überarbeitet. Sieht ein bisschen anders aus. Hat mehr Leben. Und die Suspekte sind jetzt crazy. Leute, geht ein bisschen weiter nach vorne bitte. Und wie gesagt, wir spielen hier gerade mit der KI zusammen. Da die KI ja mittlerweile ein bisschen besser ist. Oh shit! Sich einfach hinter dem Zeugs verstecken. Huuuuh! Alter! Der Suspekt ist kaputt. Dich gehört zur Highgrund. Existen, Österreich! Schll von da oben! Geh vor da! Ja Moin! Junge, 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 Das geht ab wie die Sau hier! Ähm Cover, please Okay, wir kommen da jetzt, Sir Wir gehen hier Alter, was passiert hier? Manchmal das Restrain funktioniert nicht ganz so gut Und da hat man schon gesehen, wie die Suspekte jetzt reagieren können Holy Smokes Einfach hinter Sachen verstecken Warten, bis man reinkommt Und Bam, bam, bam Hier ist alles safe Und hier haben wir schon mal ein paar Drogen Holy Shit Fängt ja schon mal echt gut an Sind beide gefesselt, gut Der hatte bloß eine Waffe und die hatten auch beide bloß eine Waffe Sonst sieht es hier Clear aus Jetzt muss man echt langsam und vorsichtig vorgehen Denn hinter jeder Ecke könnte jemand lauern Den Typen haben sie hier Festgebunden Wo auch immer seine Waffe hin ist Wahrscheinlich durch den Boden gebracht oder so Sieht cool aus hier Ah, hier ist die Waffe Okay Yo, lauf Leute Läuft mir doch nicht durchs Fahnenkreuz Ist er tot? Alter Hier geht es glaube ich nicht weiter Hier ist eine Alfa-Wand Junge, Junge Ich fessel den Typen hier mal Und nimm seine Waffe mit Ich bin Was geht denn hier ab? Ich habe keine Mut mehr. Hier ist alles safe, ne? Äh, wo war der Typ hier? Den habt ihr gesaved. Sie habt ihr umgebracht, gut. Wir gehen erstmal links durch. Wir müssen uns hier ein bisschen in eine bestimmte Richtung vortasten. Wir gehen links lang. Auf mich. Ich bin gleich mit dir. Lass deine Hände in der Luft! Keine Hände! Keine Hände! Ich sehe niemanden. Das ist eine Kamera. Holy shit! Okay, die war drin, glaube ich. Das ist ein bisschen doof, dass ich hier alles koordinieren muss. Und hier vor den Fenstern langlaufen ist auch nicht so schlau. Lass deine Hände auf! Wenn man mich fragt. Wo habt ihr jetzt alle gekillt? Oder jemanden gekillt? Ich möchte nur mal festhalten. Wir haben noch niemanden festgenommen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. wo die hier kam. Oder wo die jetzt ist. Doof. Hier. Schießt da nämlich einfach auf Leute. Ok, da hinten gab es ja noch einen genauer. Kannst du den bitte noch äh, restrainieren? Äh, warte, das hier sind Sivilien. What are you doing Scott? Provide cover, getting into position. Drop the gun, don't make me shoot you. Provide cover. Drop your weapon. Block that door. Sven, bitte komm her. Die Tür müssen wir, äh, verriegeln. Door jam here. On me. Copy that. Make him secure. Ich seh ja nicht wo ich ihn schiesse. Ähm, könnt ihr bitte mal, äh, ne Ding, äh, platzieren hier. Wieso seh ich ein Fadenkreuz? Das sollte ich eigentlich nicht sehen. Make him secure. Leute. Relax. Wenn ich jetzt stehe wegen diesem Typen hier. We've got a suspect here ready for trailers. No. Stop reporting. Roger, trailers inbound. Äh, bitte Türen schliessen. Hands up. Provide cover. Yeah, copy that. Copy it. So kann ich den nicht aufnehmen? Eigentlich sollte man doch die Leute aufnehmen können. Hands up. Drop police. Hands up. Hands up now. Drop your knee. Get down. I want to see hands. Get down. I want to see hands. Ist alles noch ein bisschen buggy. C2. Äh, Stinger. C2 Stinging clear. Alright, copy that. Let's knock this door down. Go, go, go. Go. Make him secure. Drop the damn gun. Make him secure. All done. Contact is secure. Don't shoot. Police, get down. You have the right to remain silent. Okay, okay. You win. Make him secure. Hands up. Come on. Get down. Get down. Get down. Get down. Alte. Da kam die. Einfach angelaufen. Du bist secure. Shut up. You're doing what you have to do. Restrain targets. This is talk. Roger. Trailer's inbound. Make him secure. Make him secure. Get down. I want to see hands. I told you about this place. Suspense. Hands up. Drop down on your entry team. Notify your red. Drop down on your entry team. Notify your red. Hands up. Hands up. Du hattest ein Messer. Ja. Irgendwie aufnehmen kann man die Leute hier auch nicht mehr. I don't know. Was hattest du schönes? Auch ein Messer? Natürlich. Hier haben wir kein Mess. Geht nach vorne. Geht nach vorne. Geht nach vorne. Geht nach vorne. Affirmative. Geht nach vorne. Geht nach vorne. Geht nach vorne. Okay, roger dann. Verstrain targets. Auf die move. Das ist Talk. Roger das, Entry Team. Tag ihn. Geht nach vorne und los. Moving up. Lightstick away. Put the gun down! Police, hands up! Very many steps over here. Rotas Team? Shut the door. No. Breach, kick, clear. Ihr macht das schon. Da hat sich wohl jemand versteckt. Mit ner Waffe. Oh, den hab ich gar nicht gesehen. Haben sie den wohl durchs Fenster gekillt? Scheint so. Alles safe in here? Alles safe. Hier. Moving clear. Restraint targets. No! Geh doch noch nicht hoch. Huch! Shit! Komm zurück! Eli, komm zurück, man! Alter! Alter! Geh doch nicht einfach auf eigene Faust nach oben! Junge, Junge, Junge! Flash going live! Go, go, go! Hey, you got me! You got me! Down on your knees! Moving and clear! Restrained targets! Make them secure! Hands up! Drop your weapon! Put your hands out! Alter, einfach im Schrank! Copy that, move it out! Make them secure! Tell it to someone who cares! Get down on your knees! Get down on your knees! Copy entry team! Notifying news! Ich hab's gehört! Ich hab'n Schrank gehört! I don't wanna hear it! Talk reporting! Roger! Trailer's inbound! Provide Cover! Moving up! Das ist kein Schrank, ne? Camlight, out! Was für Schreckschrauben das hier sind! Sorry, aber... Halt echt zu! Du bist ein kleines, mieses Stück! Scheisse, ne? Ich hab'n Schalt kräftet! Töne Schrank! Die Polizei, DU auf! Manchmal funktioniert das nicht mit dem Restraining. Chemlight, aus! Dämpfei! Chemlight! Der Tür, bitte auch noch mal... Der Tür! On my six. Zori? Doorjamb, here. Shield? Ball in. I'm right with you. Who ran it? Drop it now. Gritting flashbang. Jonge. Is dat echt onveak? On me. Right behind you. Move to my front. Go, go, go. Move over there. On my way. Move over there. Restrain target. Light cover. Moving out. I'll tell you if you have a problem. Drop your weapon now. Pop a flash there. Popping flashbang. Get down. I want to see hands. Get down. I want to see hands. Move to my front. I want to see hands. What's that? What's that? Is that a stand up or something? No! We have a real problem. Rotteam. Ylang. Moving out. Moving out. Moving out. Ich dachte gerade, da ist jemand drunter Location Drainage System Alter, die wollten was überfallen Juni Guck mal Alter Schwede! Geht rechts rein! Geht rechts rein! Ich bin da! Restrain it! Deploy Chemlight! Wo ist seine Waffe? Alles safe hier! Niemand im Schrank oder so? Keine Schränke hier! Sieht echt nice aus, die Map! Ich müsste mal das Magazin... Restrainten Fälle! Hey, von wo kam der Typ? Ich will das nicht mehr machen. Mach ihn sicher! Der kam aus dem... Scheiss... Raum, den ich gecleared hab! Junge! Wo kam der Typ her? Affirmative Entry Team! Genau das ist es! Der kam hier aus diesem Scheiss Raum! Talk to High Ground! Copy! Move on! Ah, der sich unter dem Tisch versteckt oder was? Was ist denn das für ein Bild? Keine Ahnung! Der kam einfach da raus! Deploy Chemlight! Chemlight out! Danke! Mach ihn sicher! Junge! Der Kopf ist tot! Polizei! Hände auf! Hände auf! Talk to Elemitator! Roger! Trailer sind laut! Hände auf jetzt! Was habt ihr getan? Moved my front! This is Tonk! Roger Entry Team! Notifying Medical! Restrain targets! Make him secure! Restrain targets! Restrain targets! Niemand unter dem Bett? Niemand unter dem Bett Ich dachte schon, da rennt jemand Dass das ein Mieser Typ ist Wieso ist jetzt ein Kop tot? Die KI ist manchmal gut, aber manchmal auch echt Beschissen Alter Wie sieht das hier denn bitte aus? Okay, safe Und im Bett auch niemand Neat Kristina Dick, dick Dick, dick, dick Was ist hier bitte passiert? Das ist echt schlecht Irgendjemand droppt hier die ganze Zeit rum Das war dann wohl Das ist ein Suicide Bomber Alter, die Stimmen Das ist einer von uns Das ist ein Suicide Bomber Begrüßt diese Umgebung. Begrüßt diese Umgebung. Begrüßt. Hände auf! Schraub ein Licht! Schraub ein Licht. Schraub ein Licht. Das ist doof. Bitte ich zu entschuldigen. Schraub ein Licht. Trucke. Der escola ist gross. Hinter dir ist nichts! Schau hinter dir, Mann. Restraining! Alter, was ist hier denn los? Fünf FPS! Sorry, Leute. Alter. Was ist denn hier los? Okay, der Raum hier geht gar nicht. Okay, da ist irgendein... Bug. Es sollte eigentlich vor mir sein. Der Raum hier geht echt nicht... Nee. Ist es das Spiel, der so... Leute, ihr müsst den Raum hier clearen. Ich kann da nicht rein. Der Raum ist irgendwie echt beschissen. Komm, light out. Was ist hier los? Alles richtig verpackt. Ich hab meinen Typen abgeschossen. Ich hab meine Typen gekleert. Hast du das alles ge��안? actory Was ist mit dem Raum hier los? Alter, so macht das echt keinen Spass. Bei dir alles gut? Bei dir alles gut. Pass auf, dass niemand von hinten kommt, ne? Ich habe echt null Muni mehr. Kann ich wenigstens hier reinschauen, um zu sagen, dass ihr den Typen restrainen sollt? Ich schaue einfach auf den Boden. Dieser Ding geht hier gar nicht. Ich glaube, das ist das Spiel, der hier so Probleme macht. Ich habe ihn sicher. Was ist das? Hand her! All done. Contact ist secure. Police, get down! Suspect in custody. You gotta let me go. Ready when you are. Yo, fucking shoot up! Wir kommen. Proceed mit Kaution. Wo ist das? Wir gehen hin. Hä? Keine Ahnung, was gerade passiert ist. Okay, room clear. Ich hab keine Immuniville. Ich bringe mehr Pigs! Die Wälder, schießt durch die Wälder! Ich bin im Arsch. Nur so. Ihr müsst alles erledigen. Ich hab zu viel geschossen. Wirklich? Hey! Der schießt durch die Scheiß... Wand! Ich hab keine Muni mehr. Alter! Was für ein... Motherfucker! Ist jetzt hier jemand unten im Bett? Du hast das Recht zu bleiben. Talk to Entry Team! Roger! Trailer sind laut! Alter! Ein Kaltblütig! Ich hab null Munition. Es sollte noch die Funktion geben, dass man hier einfach die Munition von anderen Leuten nehmen kann. So die Waffen. Das ist echt doof jetzt. Wir haben hier einen mittenen Suspekt. Talk to Element! Roger that Entry Team! Tag ihn! Sie gehen! Wer hat da jetzt was gesagt? Ich kann nichts mehr machen. Ich hab keine... Ich hab keine Munition mehr. Das ist irgendwie... Beschissen. Hands up! Hands up! Do it now! So eigentlich müsste ich jetzt die ganze Zeit mit dem Schild rumlaufen. Und kann ja nichts mehr machen. Der Attic ist jetzt... Wieso schau ich hier rein? Das ist echt doof. Sollte die Funktion geben, dass man Waffen aufnehmen kann. Hier gibt's so viele Waffen, aber... von Kollegen. Ich bin... Munitionslos. Ich hab nichts. Al... Really? Ich bin mit meiner Familie. Das ist richtig. Ich bin mit der Klassik. Ich bin mit der Klassik. Ich bin mit der Klassik. Sieht aber ziemlich cool aus hier oben. Auch wenn ich absolut wehrlos bin. Bei dir ist nichts, ne? Aber irgendwie sieht's... Ziemlich Low-Quality aus. Irgendwie sieht's wirklich Low-Quality aus hier oben. Naja, gut. Sollte Clear sein hier oben. Die FPS sind gerade echt im Keller. Zwanzig FPS. Das Spiel läuft leider nicht wirklich mehr so flüssig. Ich kann nichts mehr machen. Und Leute, hier müsst's vor. Okay, das ist jetzt doof. Wenn jetzt alle sterben, hab ich ein Problem. Komm rein! Move over there. Roger. Move to my front. Going and gone. Somebody crash! Post up and cover. Move in and clear it. Roger. Move in and clear. No! No! Fuck! Was mach ich hier? Holy shit! Restraining! Halt die scheiß Fresse! Das ist Talk. Copyright Untertitel. Notifikate Trailer. Was ist los? Alles am Arsch. Alles am Arsch hier. Ich habe kein Problem. 20 FPS, Junge. Was ist los? Geht los. Great work Entry Team. Keep it up. Immer noch nicht bring order to chaos. This is Talk. Affirmative Entry Team. Drop a light. Geht los. Junge. Von wo? Ich möchte nur mal sagen, das Spiel lief vor dem Update richtig gut. Auf den hohen Einstellungen. Und jetzt echt beschissen und scheiße. Wann hast du gesehen? Woher kommst du jetzt? Ich möchte nur mal sagen, das sind immer noch nicht alle Leute. Wir haben so ein scheiß Problem. Oh Mann ey. Du bist auch abgesippt. Ich kann's nachdenken. Ich will das weg. Entschuldigung. Die Tufel sind hier. Mit dem Träsen nehmen wir hier. Wir haben einen töten Zufekt. Gut, dann war der Dann war der wohl draussen Vorhin lief ja das Ganz noch echt gut, aber jetzt Irgendwie nur 20 FPS in diesem Haus Hier Echt doof Ich bitte das zum Schuldigen, ich kann da Leider auch nichts dafür Ich könnte jetzt die ganzen Grafik-Einstellungen Runterschrauben, aber Ob das das bringen würde I don't know Deswegen spielen wir halt Die Map jetzt noch damit zu Ende Wir haben das ganze Team Verloren, abgesehen von Einen Und Das eine Math-Package Hab ich noch nicht gewonnen Schätz mal Das ist wahrscheinlich Wo oben ist Irgendwo Oder hier dringend Halte, denn echt ne Diashow 15 FPS Okay, sorry, geht echt nicht Das Update hat ein bisschen Das Spiel gebrokt Trotzdem 16 FPS Ja gut Ja gut Die Waffen verschwinden Die Waffen verschwinden alle im Boden Und Ich hatte wirklich Hoffnung In das Update Und eigentlich liefen die anderen Maps gut Abgesehen, dass die KI eben Nicht äh Nicht äh Alle Leute restringen konnten Was hier jetzt hier auch der Fall war Aber okay Sieht aber cool aus von hier Die Gegend Ich glaub das war von Vorhin auch noch nicht so Kann man jetzt hier bitte die scheiße Waffe Und jetzt Ist auch kein Math-Package Tausende Leute tot Aber nicht die, die tot sein sollten Könntest du bitte kurz aus dem Weg gehen? Junge Und wenn es das Math-Package in dem Raum ist Der richtig Schlicht Die FPS hat dann Ja Ja dann eben Dann ist es scheiße Ein Katzen-Clou 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 Ja das macht die Katze froh Auch hier nix Ich muss dann nachher gleich mal ein Bug-Report ausfüllen Ich glaub das ist irgendein Spiel dort So macht Ich kein Spaß das Spiel Das ist schrecklich Tut mir wirklich leid für das Video hier 16 FPS Keine Ahnung ob Nur ich dieses Problem habe Oder andere Leute auch Auf jeden Fall ist es beschissen Das steht fest Im anderen Haus ging es ja eigentlich Da hatte ich keine grossen Probleme Deshalb gehen wir jetzt auch wieder Schüpp Obwohl es jetzt hier auch nicht wirklich besser aussieht Wenn ich das Math-Package jetzt nicht finde Dann ja dann ist es halt so Ich mein hier gibt's Genügend Material Das ich einsacken könnte Was aus Beweis Fungieren könnte I mean look at that So viel shit Irgendwie tragisch Sonst sind wir in einem Math-Haus Tragische Sache Ich glaub ich find's leider echt nicht Fuck ups Ne hier war ich schon Da war ich auch schon drin Und hier auch schon Draußen ist glaube ich ja Nichts mehr So viel ich weiß So viel ich weiß Aber können wir ja Sonsten nachher noch gleich schauen Vielleicht sind draussen ja Bessere FPS Was ich mittlerweile leider Nichts mehr für möglich halte In der Küche war jetzt auch nichts mehr Ja Dann gehen wir halt mal raus Schauen Ah da ist es jammed Das hab ich gejammed Okay dieses Haus gibt's noch Aber hier ist absolut gar nichts Und hier drüben den Garten Wo wahrscheinlich auch nichts ist Crystal Math Package lokalisieren Ja ne hier ist echt nichts Hier geht's nicht mehr hoch Das Haus hab ich abgesucht Unten im Geht's hier noch hoch Ne Was für Effekte Macht wahrscheinlich die FPS auch nicht besser Sieht ziemlich geil aus die Aussicht Hat schon ein bisschen was von Los Angeles Was ja glaube ich auch da stehen soll Hier drin war ich doch nicht Auch wenn ich nicht glaube Dass hier drin was ist Nope Alter 12 FPS Echt schade um die Experience Wenn ich jetzt drüben nichts finde Dann Ist es halt so Weil hier hab ich ja schon Ein Paket gefunden Also Ist wahrscheinlich mit Wenig Wahrscheinlichkeit Nochmal was hier drin Ja gut dann Ja Dann belasten wir es halt damit Dabei Da mit dabei Wir haben nicht alle Evidenz gefunden Schade Ähm Alle Leute sind tot Außer einer Auch doof Und ähm Ja FPS lassen grüssen Somit Mit dieser schönen Aussicht Verabschiede ich mich von diesem Von dieser Folge Swan 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 Was auch immer Noch ein schönes Thumbnail machen Für diese Folge von Radio Not Vielen Dank fürs Zuschauen Sorry für die FPS Das ist echt beschissen Unspielbar Am Anfang lief es ja noch gut Aber mittlerweile läuft es Schlecht Gerade mal 12 FPS Ja gut Da müssen die entwickeln Noch mal ein bisschen ran Somit eben Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Bei Radio Not Haut rein Bis zum nächsten Mal Tschüss Schlecht bis zum nächsten Mal